Mit einer 230 Gigabyte SanDisk Speicher. Der ist auch notwendig. So, und hier haben wir die schöne. So, jetzt packen wir die mal aus. Das erste ist die Kamera selber. Und das zweite ist ein Bundle mit Accessories. Ist auch cool. Okay, great. Dann haben wir hier Klebepads. Das sind, glaube ich, diese Grundhalterungen. Und das ist das Explorer-Kit. Alle nehmen sich dahinter zu. Und eine Halterung fürs Fahrrad. Die probieren wir nachher gleich aus. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsbaby. Jetzt geht es zur Sache. Da freuen wir uns. Das ist unser Lieblingsbaby. Guck mal. Ein Ausschalter. Das weiß ich noch nicht, für was das ist. Ich glaube, das ist eine Halterung nur. Mikrofoneingang. Und Display, wenn man das nicht mit dem Smartphone benutzt. Und Panorama. Man sieht auch hier schön, dass es da diese Kugel innen drin hat. Sehr schön. Ladestation. Ladeadapter. Kabel. Hört dazu. Und ein Schutzhaube. Ja. Und ein schönes.